Sie können es nicht, oder Sie wollen es nicht, oder Sie haben so viele Scheuklappen vor den Augen, dass Sie einfach den richtigen Weg heraus nicht finden. Sie machen einfach weiter. Sie sehen, wie die Zustimmung der Bürger zu Ihrer Ampelpolitik schwindet. Ob Scholz, ob Haberg oder Frau Feser. Sie machen einfach so weiter. Und wir können uns ein Weiter-Such wirklich nicht mehr leisten. Zum Glück kapieren das die Leute, denn für die Leute ist nicht wichtig, dass man jedes Jahr sein Geschlecht frei auswählen kann. Für die Leute ist es wichtig, dass man seine Heizung frei auswählen kann.